Ich kann einfach hier reinstehen, sonst kann ich es echt so schlecht hören. Dann sehe ich einfach noch als eine da vorne hin. Genau. Oh, wenn es Kladierkosti anfängt, ist schon absolute Ruhe in der Hand. Und ich brauche eine neutrale Haltung. Ach, ich habe die Hände und das... Genau. Das ist eine Sängerhaltung, ne? Sollt ihr euch das merken? Wisst ihr auch schon, ne? Was glaubt ihr, was mir hier passiert? Könnte ich euch in eurem Gesicht anschauen? Das seht ihr auch, als würde ich euch quälen. Sech, ne? Aha, wo ist denn der Start? Luki! Schon da, wenn ich es gesehen habe. Komm von dir. Aha, jetzt. Aha. Was soll's? Gut, okay. So, ihr habt mich schon mal.